Ich erkläre heute, wie Lochmuster gestrickt wird. Ich habe hier schon mal angefangen, habe schon einige Löcher gearbeitet. Löcher im Strickstück einzuarbeiten, ist etwas sehr Einfaches. Das wird einfach mit einem Umschlag gemacht. Ich zeige gleich, wie das geht. Und Strickanfängerinnen passiert es sogar oft aus Versehen. Das Problem, wenn man aber nur Löcher reinarbeiten würde, wäre, dass man dann zum Schluss mehr Maschen hätte, wie am Anfang. Darum muss man gleichmäßig mit den Löchern Maschen zusammenstricken. Es gibt zwei verschiedene Arten, das zu tun. Wenn ich möchte, dass die Linie bei den Löchern so aussieht, dann stricke ich zwei Maschen zusammen. Das heißt, ich würde so normalerweise stricken, aber stattdessen stricke ich gleichzeitig zwei Maschen ab. Jetzt habe ich eine Masche weniger auf der Reihe. Und jetzt kann ich ein Loch machen. Da tue ich einfach nur den Faden auf der Nadel. Und das ist alles. Und dann stricke ich weiter, bis zu der nächsten Stelle mit einem Loch. Hier habe ich es so gemacht, dass zuerst das Loch kommt und dann die Reihe mit den zusammengestrickten Maschen. Wieder ein Umschlag. Dann hebe ich eine Masche ab, wie wenn ich sie stricken würde, aber ich hebe sie nur ab, stricke die nächste Masche und hebe dann diese Masche über die gestrickte. So habe ich wieder aus zwei Maschen eine gemacht und habe dann genau die gleiche Maschenzahl wie am Anfang. In der Rückreihe stricke ich einfach jede Masche ab und stricke auch, das ist der erste Umschlag, ich stricke auch diesen Umschlag so ab, wie wenn es eine Masche wäre. Hier ist mein nächster Umschlag und so sehen jetzt meine neuen Löcher aus.